Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde. World of Tanks unterwegs im LKV 65 auf Mine. Lade auf der Seite, die ich nicht mag. Ich stehe lieber hier drüben. Lässt sich wesentlich angenehmer spielen, weil offenbar Entdeckung ist. Naja, nichtsdestotrotz werde ich da hochfahren und mich da oben breit machen. Meine Ruhe haben. Na nun? Warum fährt da keiner hoch? Toll, jetzt stehe ich schon mal hier oben und keiner fährt hoch. Ganz großes Kino. Na toll. Das wird bestimmt wieder so eine Runde Wutungsabkriegen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und ich ziehe nur die Ketten. Und wo ist denn die Arty? Der ging voll durch ihre Panzerung. Kommt wieder zurück. Kommt zurück, mein kleiner Cromwell. So, mal ein bisschen hier rüber gucken. Mach den Cromwell auf. Der muss nach hinten raus. Genau so. So, hol ich mal den knapp Siegel. Also 87 Schaden, 775 Schaden. Dann eiern wir jetzt mal ein Stück mit vor. Ich denke mal, die TDs werden auf dem TD-Spot stehen. Scheiße, das ist halt die Frage, wenn der da hinten steht, dann komme ich da nicht hoch. Vielleicht doch. Oh, geschafft. Blalalala. So. Dann gucken wir mal, ob wir was ergucken können. Oh, Pixel-Schuss. Weck mich fett, knapp 1000 Schaden. Könnt ihr mal eine richtig pornöse Runde wären? Dann gucken wir mal, ob wir was ergucken können. Okay, der Tausender ist uns verwehrt geblieben. Ich gehe jetzt zwar da drüben die Artists jagen, aber ich habe so ganz schlechte Erfahrungen mit Artillerie. Die schießen gerne auf mich, deswegen verknäff ich mir das. Da ich natürlich jetzt da den IKV mal wieder zwei Schuss in den Dreck gesetzt habe, das war so lagersch. Ja, da ist der. Der ist da hinten. Den habe ich aber gekriegt. Tausend Schaden. Oh, jo. War ja eine ganz geschmeidige Runde. Ja, ähm. Was kriegen wir denn? 5.000 EP nur. Ah, knapp 6.000. Oh, der hat einen Großkaliber, der andere. Ja, ich will nichts sagen, aber das sind halt die Schweden. Jo, wo sind wir denn? Da sind wir. Schaden, sind wir da. Ah! 33.600 EP bei, ähm, ach, 33.600 Credits bei 6.000 EP. So, und wie viel fehlt denn noch mit den kleinen Schweden? Äh, 21.000. Mua! Mua! Aber der hier unten ist bald fertig. Ähm. Ja, ähm, ist doch ganz okay. Wie sagt, äh, wie man sieht, ähm, der Tag heute fängt schon wieder scheiße an. Da, das ist noch von gestern. Aber sonst, ähm, mich jetzt nur Mist gezogen. Wurscht, ich bin zufrieden. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde.